Wir müssen reden. Über etwas, was mehr Menschen erfahren sollten. HIV-Medikamente verhindern die Übertragung. Im Alltag konnte HIV eh noch nie übertragen werden. Aber unter Therapie besteht kein Risiko mehr, selbst beim Sex nicht. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und nun, Lixandia, erzähl's weiter und verdoppel mit uns das Wissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017